Sodele, Hi und Servus miteinander. Eigentlich war das Video heute natürlich überhaupt nicht geplant, aber ja, ich habe dieses Messerchen jetzt, wenn das Video online geht, vor circa vielleicht drei Stunden sowas gekauft und habe gedacht, das muss ich euch zeigen und so ein bisschen die Story dahinter erzählen, weil eigentlich ist es doof, aber eigentlich auch total witzig schon wieder. Und jo, heute war bei uns in der Gegend Stadtfest und mein letzter Urlaubstag, also haben wir gesagt, komm, gehen wir alle zusammen auf das Stadtfest und auf dem Flohmarkt. Und das ist auch alles ganz cool, der Flohmarkt hat um 11.30 Uhr begonnen, vielleicht nicht ganz so eine gute Idee, wenn wir um 11.30 Uhr schon 30 Grad draußen haben im Schatten und kein Lüftchen weht, aber egal, gesamte Familie, fahren wir rüber, gucken, nach 10 Minuten, jedem läuft der Sabber runter, es ist glühend heiß, keiner hat mehr Bock. Also jetzt noch schnell über den Flohmarkt drüber und einfach noch schnell irgendwas mitnehmen, damit jeder irgendwie so ein bisschen befriedigt ist. Mein Kleiner hat einen Werkzeugkasten, also so ein Spielzeugwerkzeugkasten mit so Zubehör und so weiter drin, das ist eigentlich ganz cool, für einen Fünfer mitgenommen. Meine Kleine hat eine Mickey Maus bekommen, eine Blüsch-Micky Maus, das war eigentlich auch ganz cool. Die kann auch so tanzen und kann singen und kann sprechen. Als wir zu Hause waren, haben wir Batterien reingemacht und ja, die kann absolut tanzen, die kann auch wunderbar singen und wunderbar sprechen, allerdings nicht auf Deutsch, sondern auf Rumänisch. Jo, egal, meine Kleine findet sie trotzdem mega cool und das ist die Hauptsache. Und Papa hat natürlich auch was gebraucht, so, weil ich gehe auf den Flohmarkt und sage, ich will was und dann will ich auch was. So, basta. Und ich halte immer nach zwei Dingen Ausschau. Einmal nach Bildern, die mein Papa gemalt hat. Mein Papa war Kunstmaler, hat viele Porträts, Landschaften und so weiter und so fort gemacht und immer wieder taucht da mal was auf dem Flohmarkt auf und dann kaufe ich mir das eben auf. Und natürlich nach Messern. Denn ich sehe immer tolle Videos auf dem Flohmarkt, dieses tolle wie Messer gekauft, das tolle Messer und ich will das auch machen. Seit 15 Jahren finde ich auf dem Flohmarkt keine Messer. Also ich finde auf dem Flohmarkt schon Messer. Aber entweder sind es irgendwelche abgeratzten 58mm Victorinox mit einem Werbeaufschrift drauf für 15 bis 20 Euro. Oder, und das sieht man noch öfters, kennt ihr die vom Lidl? Diese silbernen nachgemachten Victorinox-Dinger, so mit so drei so gummierten Streifen drauf. Die kosten beim Aldi oder Lidl immer 2,99 Euro. Die gibt es auf dem Flohmarkt auch. Allerdings da nicht für 2,99 Euro, sondern für 8 Euro. Und was anderes findest du eigentlich da nicht. Und wie gesagt, wir waren alle schon fertig und wollten einfach nur heilen. Die ganze Familie hat gequengelt und mir ist der Sabber in die Augen klaufen, das Schweiß, Augen haben gebrannt und alles. Und dann komme ich an einen Händler und der hat ein paar Messer rumliegen. Und dann denke ich mir, komm, dann schaust du es mal an. Und dann ist mir natürlich gleich mal eins ins Auge gestochen, allein durch die Farbe hier. Das hier. Und das ist normalerweise ja nicht so mein, ja, so die Farbgebung. Also ich mag es eher ein bisschen dezenter und so weiter. Aber ich habe gedacht, komm, das wird nicht viel kosten, guckst mal an. Und ich muss dazu sagen, ich finde die Scheide, also es ist echt Leder und ich finde die Scheide gar nicht so verkehrt gemacht. Also wenn man sich mal so hier die Naht anschaut oder diese Doppelnaht und so weiter, hier schön breit, das ist alles in Ordnung gemacht. Also auch die Gürtelaufnahme hier mit diesen zwei Messing-Pins drin, wie lange das hält, ist die Frage. Aber das macht einen ganz guten, stabilen Eindruck. Ist hübsch verarbeitet. So weit, so gut. Also nehme ich das Ding hier mal raus und gucke es mir an. Und wie gesagt, eigentlich optisch nicht so meins. Aber ich fand es dann schon wieder ganz cool. Und wie gesagt, ich wollte halt unbedingt was vom Flohmarkt mitnehmen. Und jetzt bin ich schon mal nach 15 Jahren endlich mal zu einem gekommen, der ein Messer verkauft. Und dann dachte ich mir, komm, guckst du es dir mal an. Grundsätzlich gar nicht mal so schlecht von der Verarbeitung hier. Das hat hier so ein Messing-Pin mit drin. Und hier die Übergänge und so weiter. Das ist alles ganz okay gemacht. Also kein High-End natürlich. Das sieht man dem Messer auch an. Aber ganz okay. Hinten und vorne so ein Messing-Polster mit dran. Hier dieser Fingerguard. Und dann nehme ich das so in die Hand und denke, ja, drei Finger Messer. Und das liegt ganz gut in der Hand. Auch aufgrund dieses mehr bauchigen Griffes hier. Also das liegt wirklich eigentlich schon richtig gut in der Hand. Und fand es eigentlich ganz cool. Was das hier vorne ist, weiß ich nicht. Weil um hier in den Vorgriff zu gehen, dazu ist es einfach zu klein hier. Und da passt also kein Finger rein, außer ein Kinderfinger. Und hier ist auch so ein bisschen scharfkantig. Alles klar. Und hier oben, da ist so eine Art, ich weiß nicht, soll es ein Chimping sein? Soll es eine Geo-Charge-Site oder was? Weiß ich was. Letztendlich hat man da halt ein paar Mal mit der Flex reingehalten und gut ist. Und dann haben wir hier so diese Damast-Optik. Oder ist es vielleicht doch irgendwie so ein Damast? Wie heißen sie denn? So diese Pakistan-Damast oder irgendwie sowas. Also nichts Besonderes. Und der Verkäufer hat mir dann gleich gesagt, ja, das ist hier handgeschmiedet und überhaupt und sowieso und bla bla bla. Und sein Sohn im Mann hat sich das machen lassen. Und ich habe mir gesagt, ja, ja, klar. Passt schon. Ich meine, dass das jetzt nichts High-End-mäßiges ist, das sieht man schon. Also das ist gar keine Frage. Und ja, was soll es? Ich habe dann gesagt, komm, was soll das Ding kosten? Da hinten quengeln sie. Ich nehme das Ding mit. Was soll das Ding kosten? Da wollte er irgendwie 35 Euro für. Und letztendlich für ein Zwanni habe ich ihn mitgenommen. Und ein Zwanni, ja, ja, da ist ja jetzt nicht viel kaputt. Das passt schon. Das Witzige ist, das ist auch gar nicht mal so verkehrt, das Messer. Das Witzige ist nur, dann komme ich nachher zu Hause an und habe mir gedacht, ey, irgendwie das erinnert mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, Messerfieber oder sowas vom Design her. Jetzt guckst du es einfach mal an. Habe es abfotografiert mit dem Handy und habe Google gefragt. Hier, pass mal auf, liebe Google. Was ist denn das für ein Ding? Und Google wurde natürlich tatsächlich fündig. Zwar nicht in dieser Farbgebung, in einer anderen, aber egal. Und zwar gibt es diese Dinger hier bei Etsy. Und zwar, und jetzt kommt es, für 580 Euro. Nee, Quatsch. Bei Etsy für 16,90 Euro. Also tatsächlich für weniger Geld, wie ich dieses Ding hier auf dem Flohmarkt gebraucht habe. Aber letztendlich ist es wurscht. Also 16,90 Euro oder 20 Euro ist gerade egal. Das ist eigentlich ganz witzig. Wie gesagt, es ist kein High-End Messerchen, aber es liegt gut in der Hand. Es ist okay. Das Ding ist auch relativ schnell wieder scharf. Also die Schnitthaltigkeit ist hier eigentlich nicht so gut wie gar nicht gegeben. Ihr seht es. Ich habe hier so ein bisschen, so ein bisschen geschnitzt. Ich meine, das hier ist wirklich ein bockelhartes Stückchen Holz. Und du kannst hier schon so minimal. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts sensationell. Gut, es wurde jetzt Sachs. Mensch, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Aber wie gesagt, man sieht mal wieder, na, 30 Grad im Schatten, dehydriert, die ganze Family, die quengelt. Und dann zu einem Händler und was kaufen ist nicht unbedingt die beste Idee der Welt. Jo, aber ich finde es trotzdem echt cool. Und wie gesagt, für einen Zwanni mit der Lederscheide und das Ding hier, ja, da ist nicht viel kaputt. Und ich finde es okay. Und mir war es wirklich dieser Zwanni wert. Einfach schon, ja, aus Spaß raus, dass ich endlich mal auch ein Messerchen auf dem Flohmarkt gefunden habe. Jo, ihr könnt mir ja drunter schreiben, ob ihr auch schon mal so den ein oder anderen, ja, überteuerten Kauf auf dem Flohmarkt gemacht habt. Und schreibt mir doch drunter, wie ihr, hier fliegt überall so eine kleine Fliege rum, ähm, wie ihr dieses Messer findet. Weil ich finde es optischer eigentlich gar nicht so verkehrt, ne. Insgesamt finde ich es gar nicht so verkehrt. Und für einen Zwanni ist es für mich okay. Über einen Daumen nach oben, da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen. Genauso über ein Abo, falls ihr nicht schon eins da gelassen habt. In diesem Fall, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Arbeitswoche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssle, bye, bye und macht's gut. Ciao.